Das könnte später nützlich sein, und schwutz nicht was sie. Wir alle machen Fehler. Aha. Werden Sie Ihren Helden? Die sind alle gut, man muss nur damit spielen können. Ja, aber als Tank hält sie richtig viel aus und kann gut austeilen. Mit der bist du immer lange am Leben. Tank Builds. Wir haben doch nen Tank. Mein Heiler? Achja, ihn. Aber ich glaube ich geh hier raus. Haben wir zwei Tanks. Wir sind im Angriff. 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 Und wir sind im Angriff. Ich bin im Angriff. Wir sind im Angriff. Konnte die mich sehen? Ich war unsichtbar. Ich bin sofort wieder da. Es kommt mir da! Es ist besser. Alter, wir stürmen die ja richtig, ey. Alter, wir stürmen die ja richtig, ey. Alter, da sind wir wo reingeholzt, ey. Alter, das war ja mega geil. Ich hab die ganze Zeit, ich hab durch und durch überlebt. Ich war die ganze Zeit mitten in dem Schlachtfelder. Ich bin einmal gestorben. Ich hab mich nicht platt gekriegt. Das ist eure gerechte Strafe. Ich hab dir einen Punkt. Ich hab auch durch meine Granate am Ende, durch die Gravitationsgranate da. Ja. Oh, der Hammer. Kann man so gut verteidigen? Ja. Ist doch wieder ein Elfer-Killstreak. Ich hab die immer sofort raus in die Verlierung. Naja. Ich müsste mal unterbunden werden. Ich kann alles hacken. Das müsste Strafen gehen. EP-Abzug oder sowas. Gab's doch eigentlich mal. Gab's man? Naja. Bei Counter-Strike gibt's das. Kann sein, dass das im Ranglistenspiel gibt. Das könnte später nützlich sein. Das besteht ja aus mehreren Runden. Und wenn du da einfach zwischen den Runden verlässt, kriegst du wahrscheinlich Schaffpunkte. Oh, Rundfunk ist quasi Liga. Ah. Eichenwalde Jetzt ist wieder der Moment Jetzt macht es wieder Bock Das macht schon die ganze Zeit Bock ey Jaja, aber jetzt bist du wieder Jetzt ist wieder so der Moment Du nimmst immer denselben Helden Ja, weil er gut ist Ja, aber wenn du irgendwann verkackst Dann weißt du nicht, wen nehme ich? Heiler Und doch kein Anheiler Ich wüsste, dass man mit 5 Mann spielen Mein EMP braucht noch ein bisschen Alle Systeme okay Bereit für den Kampfeinsatz So richtig als organisierte Gruppe So viele Feinde Wach, da draußen nur auf die Luft Schreit zu werden Mein Ultimator lädt noch auf Mein EMB-Reifer in 30 Sekunden erwartet Mein Ultimator lädt noch auf Ultimator lädt auf Ultimator lädt auf Ultimator lädt auf Ultimator lädt auf Mein EMP braucht noch ein bisschen Ultimator lädt auf Ultimator lädt auf Mein Ultimator lädt auf Ultimator lädt auf 4, 3, 2, 1 Andare lädt auf Verteidigen 17 Punkt a Getallt Ah Dominieren wir wieder vor deren Eingang Und schwupps weg war sie Hast du mich vermischt Gleich viel besser Du bist Du bist Mein EMP braucht noch ein bisschen. Hier bin ich. Ich brauche Heilung. Mein Ultimate lädt noch auf. Mein EMP braucht noch ein bisschen. Guck mal Affe, Junge Ich hab mal ein bisschen Heilung gebraucht Ah Scheiße Lust, dass man die Killkern nicht überspringen kann Ich bin der Müge Ich bin der Müge Das ist ein Kunde, der auch nicht Das ist ein Kunde, der sich noch über den Kunde Das ist ein Kunde, der sich noch aufschlickst Ich bin der Müge Na, das ist ein Segel. nein blieb bloß da, blieb bloß da ja ich bin drauf gegangen noch 10 Sekunden wir haben fast keine Zeit mehr halten wir durch und wir gewinnen scheiße komm 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 nein ja weil die einen Heiler haben und wir nicht ja warum nimmt der keinen anderen Heiler Junkrat den können wir jetzt grad nicht gebrauchen wir sollen ein Heiler spielen dann wollen wir mal neu booten den können wir nicht gebrauchen Junkrat Junkrat